Herzlich Willkommen in der Pension Igel, Ihre Adresse für gemütliche Übernachtungen in Dessau. Unsere kleine Pension im Grünen ist sehr ruhig gelegen und bietet Ihnen einen freundlichen Service sowie gepflegte und komfortable Zimmer und Ferienwohnungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen schon jetzt einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Vielen Dank.